Anna hat ihre ersten Prüfungen geschafft. Seit einem Jahr studiert sie an der Fachhochschule St. Gallen. In die Freude über den Erfolg mischen sich Fragen über ihre berufliche Zukunft. Wo soll ich nach dem Studium arbeiten? Wo liegen meine Stärken? Was will ich eigentlich? Anna erfährt von den Angeboten des Career Centers und meldet sich für ein Beratungsgespräch an. Dort diskutiert sie ihre Fragen, Wünsche und Vorstellungen. Die Beraterin hinterfragt, gibt Tipps, findet Stärken heraus und gemeinsam erarbeiten die beiden Optionen für Annas berufliche Zukunft. Nach dem Gespräch hat Anna ein klareres Bild ihrer Kompetenzen und kennt mögliche Einsatzgebiete, die diesen entsprechen würden. Motiviert vom Gefühl der Orientierung, packt sie ihr weiteres Studium an. Ein Semester später wird Anna auf das Mentoring-Programm aufmerksam. Das Career Center vermittelt den Kontakt zu Mentor Lars. Lars ist Absolvent der Fachhochschule und arbeitet in einem St. Galler Unternehmen. Er gewährt Anna Einblicke in die Praxis, öffnet sein Netzwerk und unterstützt sie in Fragen rund um den Berufseinstieg. Gegen Ende ihres Studiums besucht Anna die Kontaktgespräche mit verschiedenen Arbeitgebenden. Auf der Job-Plattform sucht sie passende Stellenangebote. Im Career Center lässt sie sich für den Bewerbungsprozess coachen und ihre Unterlagen checken. Einige Jahre später hat Anna im Berufsleben Fuss gefasst. Da klingelt ihr Telefon. Das Career Center lädt sie ein, sich selbst als Mentorin zu engagieren und Studierende mit ihrem Know-how zu unterstützen. So profitieren Studierende der Fachhochschule St. Gallen von den Angeboten und dem Netzwerk des Career Centers während des Studiums ebenso wie beim Einstieg in die Berufswelt.